Und bitte! Das sind ja bloß nichts. Fehlt doch nicht die Westkalienbeigabe! Schon mal was von Montezumas Lache gehört, Mann? Oh, in dem Zeug wirst du Durchfall bekommen, dass dir die Rosette explodiert! Wir sollten uns an zwar dem Zeug besauen. Ihr weiße Herrscher seid doch alle gleich. Kein Respekt vor der Kultur meiner Vorfäder! Ich muss los! Verlass mich nicht!